Wenn du schlechte Laune hast und dich der Hass regiert, wenn du schrecklich traurig bist oder zutiefst konsterniert, wenn das Schicksal grausam zu dir ist und du schon heulst, wenn du voll Verzweiflung da sitzt und dich über gar nix freust, dann denk an Jirschi Parma, ja denk an Jirschi Parma. Wenn du ein Eczem hast oder ständig Pech im Spiel, wenn dein eigener Vater sagt, du stinkst und taugst nicht viel, oh, wenn der dümmste Lehrer deiner Schule dich verarscht, oder wenn du keine Luft kriegst beim 50 Kilometer Marsch, dann denk an Jirschi Parma, ja denk an Jirschi Parma. Ja, das ganze lange Leben ist voll von Peinlichkeit und Not, eine Kette schlimmer Kränkungen, ein Drama bis zum Tod. Zum Beispiel, wenn dein Liebespartner sich beim Sex ständig soziert, oder wenn dein Jüngster sonntags in der Kirche onaniert, ja, da ist man dann verzweifelt und man weiß nicht einmal drauf, bist auch du mal so verzweifelt, dann probierst doch einfach ausdenken an Jirschi Parma. Denk 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 an Jirschi Parma. Denkan Yerci Padma 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 Denkan Yerci Padma